Ich habe gehört, wir machen die fertig. Jo. Kann ich tanken oder kann ich damage? Du kannst damage. Du kannst vieles. Achso, der ist ja ganz hitzgeilb, oder? Wer? Frozen. Nee. Und ein Fear. Genau, du kannst auch AP riven. Ja, ein ziemlich hartes AP-Team. Boom! Oh ja, alright, das macht zu viel Schaden. Alter, da. Macht irgendwie mal starke Lauter. Okay, ich sollte aufhören damit. Lüfter und so. Nein, wer kann ausweichen? Ich bewege mich einfach gar nicht. Jo. Nee, ich habe ja gesagt, Nidia kann nicht ziehen. Oh, fuck. Ja, ne, ist klar. Ich fange hier alles für euch ab. Ja, stimmt. Alter, könnte ich mal ausweichen. Wie steht da so chillt im Gras steht? So ist er. Ja, guck, jetzt finde ich eine Ward. Alter. Läu. Läu. Wo kommt der Walke auf einmal, ja? Ja, man zieht nicht einen kompletten Busch irgendwie. Ja, der stand hier irgendwie so hier hinten. Läu. Geht doch raus aus meinem Busch. Nix da. Und er kriegt's tot. Wie er einfach nicht den Sperren ausweichen kann. Die Gegner einfach, dass übel stark Harassment haben und vor so ein Übel rein springt. Jetzt noch Phil, glaube ich, eher hat zwei Dorans gestackt, weil... ...glaub ich, besser gewesen. Das ist ein Schock für die Weltgeschichte Ein Schock für die Weltgeschichte Niu 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 Ein bisschen noch Boom Haben wir AD-Kale mit 8 AP Oh ja, die ist ja gut Oh ja Oh ja Oh ja Der Fug Oh mein Gott Oh ja Du bist so ein Wichser und Der Fugmaschina zu ihm grad bekommen hat Gestiert hat er, aber er ist kalt Ich hab das nur extra geflagert Ja Du bist so eine Pussy So, jetzt bin ich hier ne Ward Oh ja, oh ja, oh ja Ganz kalt, kalt, kalt War das knapp oder war das knapp Ah, das ist alles natürlich geplant Der Team ist cool Ja Stellt sich nicht rein und irgendwann greift er da mal an und macht ein Double Schnapp so belieblich Konenz Kleiner auch hirgends mehr das war ich und sogar das war auch wohl das da das ist der musik aus der krim auf zeiten der dies tue die die GdG die 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 gdG ja ich was woer abjustiert denn das ist es gibt die T-Rotten Halt Timo ist aber ein bisschen, bisschen doof. Nein. Auja, auja, auja. So eine Scheiße. Ah, das zweite Timo. Ich muss schneller werden. Ich hoffe, der Schatten klingt. Nioh, immer schön zum... Oh, verdammt, weißt du, der springt direkt auf den rüber. Das ist noch nie, die irgendwo stauben. Ich finde es cool, dass er mich fokust. Ich finde vollkommen viel Dammit, der die macht. Ja, klar. Lern den Ausweichen, du darfst nicht mehr mitspielen. Schon wieder fast. Boah, der macht AP, wa? Boom. Boah, ich hätte gern mal ne... Ich bin zu langsam gewesen. Was ist denn du? Oh ja, er ist tot. Aha. Was, du beobachtest du uns? Du bist tot. Tschüss. Man, echt geile Zeit mit dir. Wart's ab. Gleich kommt's. Gleich kommt das dicke Ende. Oh, nice. Das geht raus aus meinem Busch. Ich will gar nicht in der Busch drin sein, ey. Mal lass' den letzten Mal realisiert. Haha! Wie sie alle da drin stehen, ja? Ja, du Stalker. Das geht raus aus meinem Busch. Ich will gar nicht in der Busch drin sein, ey. Mal lass' den letzten Mal realisiert. Haha! An ally has been slain. Mal dieses Mikro-Knacken, wenn man sich gemuted und entmuted hat. Finde ich voll lustig. Das hört irgendwie fast jeder. Ich nicht. Hoffentlich mach. Ich hab mein Mikroknack erst eingeschaltet. Ja, ja, ja. Warum höre ich ein Echo? 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 Richtig. Warum? Oh ja, oh ja. Oh ja. Schaden. Komm her. Ich schieße den Sperr. Komm, komm. Oh ja, oh ja. Der Sperr war gut. Direkt vor dem Minion. Oh ja. Auf den Rise. Nice. Ihr luckt. Loi, ich stehe hier vorne drin. Schön, dass du das merkst. Cool. Ich hab ein Assist. Wär sich freuen. Guck dir den Keks davon, Alter. Ja. Mach ich schon. Boah, nein. Ich hab mich verreckt. Alter, was ist los mit meiner Maus? Boah, ich hab grad so lang gehabt, denke ich. Wie können sie mich sehen? Das war Luck. Sie wollte mich kennen. Warum kannst du die Stimme mit meiner Maus heute nicht? Au ja, au ja. Weil der Hammer hat Lack. Oder auch nicht. Au ja, guck. Alter, was ist das mit meiner Maus? So ständig regnet die nicht mehr. Ja, hast du ja ne neue geholt. Ne, das ist hier noch nicht. Ja, ja, ich weiß sowas. Alter. Na, das ist der, der, die, die USB-Verlängerung. Hol dir das Ding hinten auch noch. Die hat nen Wackelkontakt. Die neue Maus hat ein 2,1 Meter langes Kabel. Na, okay. Das braucht, braucht. Ja, klar. Brauch ich die USB-Verlängerung nicht. Ey, die sind richtig, ja. Meiner ist, glaub ich, auch zwei oder drei. Loi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt wieder. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Can't die. War richtig, ey. Hammer. Lass uns mal bei den Minion, bitte. Ja, danke. Ist der die gestorben? Ne, der hat nen Heroic. Warte. Kill die nieder, ne. Kill die nieder. Ich find's cool, dass Vega seine Ulti auf mich macht. Weißt du? Wer bist du? Mundo. Vorsicht, Eclipse! Eclipse! Boah. Der Damage-Alter. Vielleicht ist jemand davon gestunnt, ey. Wie alle den Creep angreifen, Leute. Wie alle den Creep angreifen, Leute. Wie alle den Creep angreifen, wollt, den Dark braucht, um sich hochzurecken. Ja, so ist das halt. Ja, denen denken ja auch alle nicht nach. Ja, sind halt alles... Ohne Gagsprache. Ohja. Ohja. Ohja, ohja. Die... Die hat noch nen Orakel mehr mit da, die Nidali. Ahja. Die weiß... Die weiß anscheinend schon, dass sie sterben wird. Nice. Rampage. Ohja. Mal gucken welche Skins glaube ich spielen jetzt. Wie ich 109 Lifetacks habe, wenn ich keine Ulti habe. Genau. Oho. Ni-o-ni-o-ni-o-ni-o-ni-o-ni-o-ni-o-ni-o-ni. Und ich wurde drinsteht und sie mir kaum Schaden macht. Ohja. 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 Aber nur die Nida hat ein Orakel. Greif sie an, greif sie an. Oh, meine scheiß Pilze. Die läuft trotzdem rein. Ist das schön. Oh ja, oh ja, nice, nice. Wenn wozu kommt es ist, ist die Orakel. Wer hat da noch filtert? Sie hat ja noch eins in Venue. Was, jetzt gleich noch eins? Die hat schon eins gehabt vorhin. Die hat sich zwei gekauft. Ach, komm. Du hast sie doch gerade erklärt, oder? Ja, kann sein. Na, der August ist ein Fehler. I can't die mit 4000 Gold. Der Ryze hat auch einen Orakel. Wenn alle sterben. Ich wollte hier voll AP-Team auskonten. Zumal, wenn du die auf die Heeldinger legst und im Kampf, wenn die die eh nicht sehen. Aller, der kann mich treffen. Ja, logisch. Sofern du das Ding hast. Oh ja, oh ja, oh Gott. Ich will jetzt alle umnieden. Das sind in orakischem Benutzner. Oh nice. Ich glaube, der hat aber noch nicht benutzt gehabt. Nee. Gems alle nur im Inventar, außerdem niederlebt. I never can't die. Da habe ich richtig gerne gehört. Never can't? Ja, ich kann niemand nicht sterben. Du kills nicht meinen Pilz. Komm her, oh Gott. Nein, hab ich ihn geführt? Oh Gott. Nein. Keile! Nice. Oh ja, oh ja. Wer ist ausgewichen? Ich will jetzt. Lohin! Kleiner Miststück! Okay. War alles geplant. Hammer, 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 Hammer. Ich bin sicher. Gehört, ich komme weg. Ich habe gehört, wie der kriegt das, das war ich jetzt auf die Fresse. Jo. Ich wollte da reinlaufen. Uh, Phil's, Dicks. Wie kommst du? Schon wieder der OP-Jam? Ja, Mann. Ja, der hat irgendwie so einen Deck drin. Nee, aber ich tausche immer mit Leuten. Das ist immer so nett. Jo, Bro. Na, wahrscheinlich hast du die OP-Jam gekauft. Dann kaufst du dir jetzt gar keinen mehr. Ich hab mir, ja, ich konnte gerade meine Kuh nicht werfen, weil ich zu wenig Leben hatte. Oh ja, oh ja. Ich faune. Ich auch, oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist das Töter. Nein! Das Töter. Das Töter. Scheiße. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Du hast ein敦enein. Okay, das reicht. Leute, sorry. Jetzt sind die richtig am Arsch. Die hat sich echt ein Orakel gekauft, für die Pilze. Ja, die haben jetzt schon zwei Orakel verloren. Hm. Oh ja. Stopp. Stopp. Oh, so knapp. Oh, das ist eine Ruhe. Die hat dir keinen fail. Ja, ich seh's. Irgendwie hat das Orakel nicht wirklich was gebracht, weil sie trotzdem reinrennt. Ja. Macht's schon die ganze Zeit. Ah, boah, ich moh, moh. Ich wollte eh maupen. Ja, natürlich. Und an ally has been slain. Was sonst? Oh ja, oh ja. Da kann man auf keinen Fall auch sein. Warum ist mein Vogel nicht geflogen, du Mistvieh? Du Misthecht-Kack-Krähe. Misthecht-Krack-Kack-Krähe. Neues Wort. Misthecht-Kack-Krähe, ja. Sonst wie hab ich das Gefühl in meiner Maus hier nicht mehr. Ah, beziehungsweise hab ich eine neue bestellt. Haben die überhaupt AD? Ah ja, stimmt. Die haben Kale. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, die ist halt so scheiße. Die ist immer tot. Oh, jetzt schon. Ist der grad eh nicht immer gegen die, was sie heißen? Jetzt hat nämlich der Speer getroffen. Na, es ist 160 Lifehack und Ulti. Geht schon mal voll klar. Okay, Riser hat einen Orakel benutzt. Nur für den einen Pilz da. Ja, das ist natürlich ultra wichtig. Ja. Was du willst, die wollen mich immer interrupten. Oh, okay, der ist so tot. Okay, killt einfach den Riser. Ist so lustig, weißt du? Komm, heute hat der Riser einen Orakel benutzt. Geh er auf ihn. Ja, der geht auch dann einfach rein. Sie sollten am besten aufhören, Orakel zu kaufen. Das bringt sowieso nix. Da hast du wohl... Recht. Ich hab gehört, die werden grad so übel gepawnt. Aber richtig, mit dem OP-Team ist abartig. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Oh ja, und ich muss bis jetzt noch nicht mal meine... Du bist ein Assist für sinnloses Danebenstehen bekommen. Nee, hab's immer schon gesagt. Ne, ich hab's immer schon drauf. Nein, das ist auch die Primärstieben, Leute. Leute, das ist echt merkwürdig. Und ich kann mich manchmal echt nicht bewegen. Boah. Mein Willen... Okay, das sind die ... Biss hier. Biss hier. Biss hier. Biss hier. No, Biss hier. Biss hier. Kehr hat ihn für die Tierschen. Come, komm, 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 in die P3. Biss hier. Rampage. Tut mir leid, ich wollte ihn in einem Pilz reinlaufen lassen. Sehen die den nicht? Nein. Entscheidend nicht. Oh ja, oh ja. Jetzt ist Nida in einem Pilz rein. Oh ja. Nein, hol die Nida. Jetzt kill die noch Nida. Nida. Die müssen halt nur zusammen stehen bleiben. Lock sie mal. Alter. Okay, jetzt bist du tot. Jetzt läuft sie in meinen Pilz rein. Ne, doch nicht. Na, purer Dekal. Oh ja, komm, lauf in den Pilz rein, komm. Oh nein. Oh ja, oh ja. Das ist ein geiler Bug. That's true. Oh ja, der Mund los. Ziemlich am Frecken. Okay, der ist tot. Zum Mondo. War eine echt geile Zeit mit dir. Sollte sterben. Ich lasse erstmal stillen. Los. Sterben. Oh. Fast. Ich muss in den Busch. Ich muss in den Busch. Ich... Geht's gerne, Petimo. Das ist ein... Schon. Alter, Eclipse. Kauf dir verdammt nochmal Amor und Magieresistenz. Du hast sechs Magieresistenz gerade gehabt. Thornmaid würde sich, glaube ich, gegen Kay... Loan. Auch ja. Ja, Heinz. Thornmaid ist useless. Ja, natürlich. Deswegen. Oh ja. Oh ja, bam. Nein, weg, 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 renne, renne, renne. Ja, auch nicht. Renne in meinen Pilz, renne in meinen Pilz. Ich provoziere sie extra, nur in dem ich stehen bleibe. Renne durch den Pilz, renne durch den Pilz. Komm, komm, komm. Nein. Nein. Tod. Nein, nur den Stil. Ich dachte schon, ey. Was, dass ich ein Stil wäre? Dass ich ihn gestillt habe? Boom. Ich hätte alles für mich gehabt. Ja, du bist übelst geiler Tank, du tankst alles weg. Und was steht dazu? Ich bin Tank mit 89 Rüstung. Woher ich das einfach mal gar nicht gebe, dass ich da auch... Ich werde hier rein, Ultime. Fake. Wie die leckende Stimme aus dem Hintergrund kommt. Boah. Blöse Kombi. Tja, ich würde mal sagen, Marie Ressenz sollte helfen, aber... So Benchies vielleicht. Eurek Eke Legger Oh ja Niuuuu Oh yeah Ich freue mich nicht Ende gepritscht hab Oh ja, das war egal Du wirst, du wirst, du wirst stehen, ich hab's gesehen Wieso hast du ihn nicht keist? Ich hab's versucht Oh ja Och komm Meiner Oh ey Passt ein Ey ey Kann ich Pilze in die Base rein stellen? Ja Aber den müssten die sehen Ist sowieso vorbei Wow Guck mal, ich sieht den nicht Oh, komm 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 Oh, fach nur Fach nur Der Wager Den Wager hab ich noch getroffen Ja Stark Aber geil Victory